Ich hab das jetzt so gut aus. Ja, was glaubst du wohl? Ja, was glaubst du wohl? Nee, die waren nämlich alle angekettet und Kabelbinder zusammen geschnürt. Du bist derjen, der muss sich sterben sein. Sam, calm down. Mein Vater noch nicht in der fucking ground, und du willst, dass ich mich entschuldigen? Ich habe nicht gesagt, dass er alles verletzt hat. Er hat mich verletzt. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, Michonne. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Jetzt! Michonne? Du willst mich nicht warten. Ich bin gerade hier. Gut. Du könntest dich schön sitzen, und denkst, dass du die andere Hand hast. Aber deine Glück hat sich verändert. Wir schauen nicht, Sadiq. Oh nein, Alter, die haben... Oh nein, die haben das Boot gefunden. Schau. Schau, was diese B**** fragt. Don't! Sadiq! Sadiq! Scheiße! Als wenn man schön lesen, wenn der jetzt tot wäre. Aha. Ich sehe schwere, schwere Entscheidungen davon zukommen. Wenn ich jetzt überhaupt noch die Wahl habe. Oh Gott. Auf jeden Fall kommt jetzt noch mal ein ziemlich geiler Song, Leute. Dreh die Boxen auf! Zwei! Ich bin. Was das? Was das? Was das? Was das? Was das? Ich bin. Oh yeah, Episode 3, What We Deserve. Ich weiß nicht, Oma, wir werden sehen, wir werden sehen. Oh, er sieht echt, er sieht fertig aus. Ich meine, die Hände muss, die Hände muss voll, die Mittelhandel muss alles gebrauchen sein, irgendwie, wenn wir die wirklich im Straubstock eingeklemmt haben. Mehrmals umgedreht. Was, da ist etwas auf meinem Gesicht. Die Schmerzen sind nicht so schlecht, oder? Naja, Sauwei macht und Judi ist. Tatsächlich hilft die Tüte aber wirklich. Ich würde nur knibeln mal. Hey, jetzt wird von 7. Hi. Könnte funktionieren, tatsächlich. Ich meine, sie wird uns jagen. Ja? Aber wir müssen tatsächlich unsere Leute wiederfinden. Sam, komm zurück hier. Oh, naja, was soll da jetzt passieren? Ich würde es tatsächlich so machen, ich würde, ich würde einen Hinterhalt legen für die und den halt schon entgegen gehen, weil die rechnen quasi erst ab hier am Haus mit Gegenwehr. Ja. Die denken, wir sind hier überwiegend Frauen irgendwie, kleine Kinder, die sich hier verschanzen. Ja? Also, irgendwie den Entgegen auf die Hälfte des Weges, Falle. Und dann versuchen unsere Leute wiederzukriegen. Oh, fuck. Ja, mit der Schusswunde ist das natürlich auch nicht so cool. Verständlich, verständlich. Ja, im Moment nicht so gut. We couldn't give my mom a real funeral. My dad and I had to bury her here. Just the two of us. He'd want to be with her. That's all I can give him. I understand. Na komm, was wir uns unsere letzte Irre erweisen. Na ja, jetzt nur Grab deine Eltern zu bleiben, bringt das auch keine Punkte. Oh Gott! Ich kann nicht nur aufgeben. Wir können kämpfen. Wir können dieses Haus schützen. Nicht wirklich. Was haben wir denn hier? Was haben wir überhaupt an Waffen? Danke. Ich gehöre dir mein Leben. Sorry, es dauerte mir so lange, das zu sagen. Na ja, komm. Los. Lass uns den Vater schnell beerdigen. Ich meine, war wirklich ein krasser Tag für Sam. Er hat den Bruder verloren, jetzt den Vater. Der kriegt man erst mal auf die Kette, ey. Okay. Okay, wenigstens das. Jetzt haben wir krassen Flashbacks. James? Junge? Was glaubst du, was du da tust? Hey. Hey. I was, I was just... Wanted to know what it felt like. I wasn't gonna shoot it. Just... And? How does it feel? It's, it's heavy. Empty. Empty. Can I help? I want to do something. Sure, go ahead. Elisabeth muss erleben und muss er lernen, wie geht. Ansonsten ist er tot. How could they just die like that? Greg and Dad. I, I thought we were safe here. What am I supposed to do? You have to be smart. That's how you survive. My dad was the smartest guy I knew. That didn't save him. The guy who did it killed my dad. He's got a... I mean... The things he said. The way he was laughing about dad. He can't get away with it. We have to give Randall back to his sister, James. Heard you guys talking. There's more people coming. To the house. Sam's hurt. If... If she... They can't hurt you. You have to stop them. Your sister will be with me. I'll make sure she's safe. Here. I don't know if I'm ready. You know, to have one. Take this to your sister. Norm is on her way. Things could go wrong in the hood. Hmm... Oh, here. Hätten wir uns jetzt entscheiden können. Hätten wir ihm die Waffe überlassen können. Ich meine, klar. Er ist ein Kind. Er weiß noch nicht, wie man damit umgeht. Aber... Vielleicht in einer Brenzlensituation. Hätte er uns vielleicht... Ich meine... Vielleicht retten können. Ich weiß es halt nicht. Oh. Janney, Rich! Was ist da auf dem Unterschied? Der Priseinklitzer ist nicht mitgekriegt. Was willst du machen? Wir haben nicht Zeit dafür dafür. Schenken wir euch mal! Okay, wir können uns bewegen. Treppe nach oben gehen. Achso, warte mal. Ein normaler modo sieht richtig durch das. Und jetzt unsere Töchter... Das Bild sollte nicht hier hängen. Okay. So, wir können uns jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Kinder, Bilder. Was ist der andere Kleiner eigentlich? Ein bisschen auffliegen. So, wir können uns jetzt hier noch ein bisschen umsehen. Kennen wir alle, wa? Irgendwie. Bei Oma oder so im Haus. Unten war Musik. Oben hat man sich so wie durch die Länder eingesetzt. Mach schnell, Oma. Mach schnell. So, okay. Was haben wir noch? Schürhaken. Was soll das? Genau. Tja, ich denke doch, das wird noch mal passieren. So, dann lass mal groß die Waffen verteilen. So, oben war da... Na, shut the fuck up. Oben war da jetzt noch jemand. Also, jetzt muss man mal gucken, wo die Blonde ist, weil die braucht natürlich ebenfalls eine Waffe. Also, das muss so heftig sein, diese Flash-Berroker hat. So, du kommst nicht... Ach, ist das miesig. Komm zurück. Komm zurück. Kann ich kommen in? Oh, Gott. Ich mag das. Es ist schön. Mein Vater hat es mir gegeben, so ich würde nicht hören, die... Dinge aus da. Als ich in meinem Fortress bleiben, bin ich sicher. Es hältst du alles, was ich aus. Ich pute Pillen und Blankets gegen die Waffe. Das Schlimme ist, das Letzte, was man will, ist jetzt, um den Jungen zu desillusionieren, aber es ist früher oder später sein Tod, wenn er hier bleibt. Wenn er denkt, dass er hier drin einfach nur sicher ist. Ich bin mir dawww. Ja, ich kann mich noch sagen. Ich kann mich jetzt auch hier drücken. Auch wenn ich nicht sehen, wo er ist. Ich kann mich nicht mehr drücken. Ja. Mein Vater schäuert ihn, auch. Ich habe ihn warten, wo er? Ich habe ihn's einiger. Wo ist er? Warum nicht er kam mir und ich noch nicht? Der kann mich auf mich kommen. Da ist meine Vater. I want my dad I just I want my dad I want Greg back I want everything to go back to the way it was Daddy I wish it could go back too I wish it all the time when Greg when he did he become one of them it's what happens right he did didn't he no your brother didn't become one of them Greg is still Greg is that what's gonna happen to me am I gonna die and change into one too no I'm going to protect you nothing out there will hurt you thanks two and three checked in coming up on the road now hey keep the chatter to a minimum our friends are listening money thanks for letting me see your fortress no man oh shit oh I'm getting a bit of a thing okay Paige where are you Paige Jungs, wo ist eine Page? Wo ist Page? Kann ich hier noch lang? Ja, kann ich hier noch lang. Jetzt runter, okay. Gehen wir mal hier rein. Wahrscheinlich ist er da drin. Ach nee, hier ist der Kleine drin, ne? Ja, hier ist die, stimmt. Ja, hier ist er. Ich werde ihn allein. Listen, Page. Okay. Oh, hey, I didn't hear you come in. Hier. Was ich mit dem Verbrechen? Wie ist das? ist ein guter Einsatz von Sam's Zeit. Ich habe sie nie gesehen wie so. Sie ist... Sie ist nicht denken. Gib sie ein bisschen Raum, okay? Sie ist grieven. Ich weiß. Und ich wünsche, dass ich sie das geben kann, aber Norma wird sie nicht warten, um sie zu retten, um sie zu retten. Die Scheiße kommt, ob wir es bereit sind oder nicht. Ich weiß nicht, warum Sam denkt, sie kann sie schützen ihre Brüder hier. Ich werde hier schnell sein. Ich habe hier auch noch nie gehört, wie Sie. Das ist eine Sache, die wir in common haben. Schwatter und andere Menschenleben. Das ist Ihr Haus. Das Ort war nie meine. Sie hat mich verletzt, ich habe mich verletzt. Ich habe meine reale Leben lange Zeit. Norma wird hier bald sein. Wenn sie nicht bereit sind, ich will nur um sie zu sehen, um sie zu fallen. Sie ist so... Stubborn, doch. Du kannst James und Alex nicht verlassen. Sie haben heute genug verloren. Ich weiß. Ich weiß. Ich versuche nicht, sie zu schützen. Die Fairbanks haben mich sicher gehalten, aber ich weiß nicht, ob ich das gleiche für sie tun kann. Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal sagen... Hoppala. Ich gehe mal runter und würde hoffen, dass Sam tatsächlich fertig ist. Mit dem Begriff ihres Vaters und dass sie jetzt irgendwann nochmal eine Waffe und Munition bekommt. Oh nein, wo ist jetzt Alex, bitte? Oh nein, wo ist jetzt Alex, bitte? Du findest ihn in seiner Fortress. Ich will dich draußen treffen. Gib dir doch eine Waffe mit. Lass sie nicht unbewaffnet in die Festung. Oh Mann. Und der Tag bricht an. Ah. 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 Sag dich Leute, ich mach mir das euch vor. Es wird schwer. Es wird übel. Es wird übel. Ihr müsst jetzt mal alle Daumen drücken. Alles was ihr habt. Dich nicht. Dich nicht! Ich glaube nicht! Ich weiß nicht! Sam? Sam? You okay? Oh, I think I'm not just going to test her, say, you okay? Hey, you okay? Michonne. Just thinking about my kids. What? I keep seeing them. Hang in there. We'll be back out on the water soon. You know I envy them a little. They've managed to hold onto something we all lost a long time ago. I don't know how to describe it. It feels like before. Just a little bit. It may seem nice, but it won't keep them alive. They don't know how to survive out there. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know what to do with what you said. Aha. Oh, what? Doesn't sound. She's here! I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam! Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? She gonna hurt us? You'll stop them, right? Whatever happens, I'll protect you. Everything will be fine. Stay together. No matter what. We will. Okay. Bitte. 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 Liebe Telltale-Game-Programmiererinnen und Rennen und Programmierer. Bitte. Fuckt mich jetzt hier nicht ab, irgendwie, wenn ich mich zwischen allen der beiden entscheiden muss. Bitte macht sowas nicht. Lasst die beiden Jungs einfach am Leben. Nimm die einfach raus aus dieser Entscheidungsgleichung. Lass die einfach, lass die überleben. Bitte. Verlang nicht viel, bitte, liebe Programmierer. Ich kann noch nicht mal das erste Mal, dass Kinder sterben lassen. Sie ist so gut im Schießen. Okay, also wir haben quasi vier Waffen, ne, vier bewaffnete Leute, wovon der Scharfschütze scheiße schießt. Drückt die Daumen, Leute. Sie steht selbst da, John. Interessant. Du bist nicht allein. Sie ist so gut im Wasser, wie alles, was ich gebaut habe. Sie und ich, wir haben beide genommen aus dem anderen. All I want now is my brother back, that's all. And I'll leave you be. You buying any of this? He's right here. Randall, you okay? Mom, I can't this fucking thing ever! Just hang on. I gotcha. One good turn. I gotcha. One good turn. Untertitelung des ZDF, 2020